Hallo und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Tanja Matthöfer und ich bin die Autorin der beiden Maria Magdalena Bücher, die im Amra Verlag erschienen sind. Heute möchte ich dich sehr gerne auf eine kleine Online-Lesung einladen von Band 1 von Maria Magdalena Erwachensweg und Leben mit Jesua. In diesem Buch beschreibt Maria Magdalena ihren ganz persönlichen Erwachensweg, wie sie ihr Leben an der Seite von Jesua und mit ihren Kindern erfahren und erlebt hat und wie ihr das einen wunderschönen Raum geschenkt hat, dann schrittweise selbst erwachen zu dürfen, immer mehr in ihre eigene Erleuchtung hineinwachsen zu dürfen. Ich habe vor gut 20 Jahren angefangen zu channeln. Ganz einfach, ich hatte einmal in einem Buch davon gelesen und mich packte direkt die Neugierde. Mein Kater kommt auch gerade hinzu. Ich glaube, der findet das gerade auch ganz toll. Ja, komm ruhig her, Nil. Auch du bist ganz herzlich willkommen. Habe dann angefangen mit Pflanzen und mit Tieren zu channeln, zu kommunizieren, genau. Und etwas später kamen dann die Engel hinzu. Und eines Abends, als ich auf meinem Sofa saß, nichts ahnend, erfuhr ich eine Spontanerweckung durch Erzengel Metatron war das damals. Das habe ich aber erst Jahre später herausgefunden, dass er das war. Es war ein wunderschönes, bereicherndes Lichterlebnis für mich. Etwas ganz, ganz Großartiges. Und mir wurde dann etwas später bewusst, dass die geistige Welt mithilfe der Engel meinen inneren Kanal, meinen Channeling-Zugang an die göttliche Quelle an dem Abend wieder geöffnet hat. Die Engel begleiten mich bis heute. Ich channel sie unglaublich gerne. Aber natürlich auch aufgestiegene Meister. Und im Jahr 2016 kam dann erst Quan Yin zu mir, gab längere Texte durch. Und ich dachte, wow, was wird das hier? Hab das alles aufgeschrieben, auch wunderschöne Texte über ihren Weg. Und kurze Zeit später trat dann aber Maria Magdalena als aufgestiegene Meisterin, ist sie auch als Lady Nada bekannt, trat sie dann an mich heran und sagte, okay, das war jetzt quasi die Vorbereitung. Du hast dich jetzt mit Quan Yin zusammen wunderbar warm geschrieben. Und ich würde dir sehr gerne meine persönliche Lebensgeschichte mit dem Schwerpunkt auf meinem Erwachens- und Erleuchtungsweg durchgeben. Hast du Lust, das aufzuschreiben? Natürlich habe ich ja gesagt, daraus sind dann die beiden Erwachensbände etwas später entstanden, davor noch ein anderes Buch. Aber ihren tatsächlichen Erwachensweg hat sie dann in diesen beiden wunderbaren Bänden sehr schön und auch abschließend beschrieben. Das sind einfach tolle, inspirierende Geschichten ihres Lebensweges. Auch Jeshua kommt darin immer mal wieder zu Wort und gibt seine Beiträge, seine ganze Liebe mit hinein. Die Liebe von Maria Magdalena trägt deutlich beide Bände und schenkt einfach wunderbare Möglichkeiten, das eigene Bewusstsein zu erhöhen, auch zu erfahren, dass sie und Jeshua ganz normale Menschen waren, wie wir alle zusammen auch, die ganz einfach ihren ganz persönlichen Erwachens- und Erleuchtungsweg auf Erden gegangen sind. Sie haben unglaublich viele Menschen damit inspiriert durch Jahrtausende jetzt hindurch. Und ja, Maria Magdalena fand es einfach an der Zeit, da nochmal ganz spezielle Teile ihres Lebensweges zu erzählen. Ich habe mal eine wunderschöne Stelle herausgesucht, habe gefragt, was ist passend für diese kleine Online-Lesung und mir wurde das Kapitel 5, die Geschenke Jeshuas, vorgeschlagen. Nach Jeshuas körperlichem Aufstieg veränderte sich alles für uns. Zuvor lehrten wir sehr viele Menschen. Wir hatten sowohl feste Schüler, die uns regelmäßig umgaben, wie auch wechselnde Personen, die unsere Nähe und Inspiration suchten. Nun lag ein neuer Lebensabschnitt vor uns. Einigen Begleitern und Schülern gab sich Jeshua wenige Tage nach seinem irdischen Tod zu erkennen. Sie gehörten zu seinem engsten Kreis und er wollte sie weiter lehren. Er gab so viel Wissen und Erfahrung an sie weiter, wie sie nur aufnehmen konnten. Sie erlangten in jenem Leben keine vollkommene Erleuchtung und das war auch nicht so vorgesehen. Sie erreichten einen sehr hohen Grad an Bewusstheit und Teilerleuchtungen, denn sie sollten später ihre ganz eigenen Schüler finden, die für einen vollständig aufgestiegenen Lehrer noch nicht bereit waren. Und so war es ein Dienst ihrer besonderen Liebe, ihre eigene Erleuchtung für einige Zeit zurückzustellen und die göttliche Wahrheit zu lehren. Sie teilten ihre persönliche Erfahrungen mit all jenen, die bereit waren. Jeshua verbrachte viel Zeit mit ihnen. Sie lachten gemeinsam und lernten voller Freude und Begeisterung. Noch sechs weitere aufmerksame Schüler weilten einige Jahre bei ihnen. Wann immer sie zusammentrafen, verbreitete sich eine heitere und sonnige Stimmung. Selbst wenn es regnete, schien es, als würde ein sonniger Schein sie umgeben. Sie kreierten gemeinsam ein ganz besonderes Bewusstsein, welches auf der Erde eingebracht werden wollte. Jeshua gab sich unter den Menschen nicht weiter zu erkennen, jedoch holte er weiteres Licht auf die Erde und hinterlegte es in verschiedenen Dimensionen, verknüpft mit verschiedensten Orten. Er speiste göttliche Informationen der Erleuchtung und des Erwachens in verschiedene Realitätsebenen der Erde ein. Die irdische Realität ist von diesen Informationsbändern durchdrungen. Sie sind wie ein feines Lichtgewebe. Wenn ein Mensch bereit ist, kann er sich mit diesen Frequenzen verbinden, in die Jeshua das Licht des Erwachens einspeiste. Der Mensch würde es als eine lichtvolle Anhebung seines Seins empfinden, ohne es vielleicht näher einordnen zu können. Je nach Bewusstseinsgrad würden sich diese aufgenommenen Informationen allmählich entfalten und ihn sanft in weitere Bewusstseinsöffnungen und Erfahrungen hineinführen. Die Menschen würden an bestimmten Orten, die mit diesen Informationen verbunden waren, einfach von diesem Licht berührt, wenn ihre Seelenimpulse sie dorthin zögen. Doch ist es auch möglich, sich auf diese Frequenzbänder einzustimmen und die Informationen auch unabhängig von den örtlichen Ankerpunkten aufzunehmen. Das Licht dieser besonderen Bänder, die fein in das Gewebe der Realität eingewebt sind, leuchtet durch diese Zeilen hindurch und Jeshua verbrachte viel Zeit damit, sie zu füllen. Sie sind ein Teil seines Erbes auf Erden. Da sich sein Bewusstsein in der Zeitlosigkeit befand, konnte er die Menschen erblicken, die hiermit in Kontakt kommen würden. Er sah das zukünftige Potenzial der Erde und er wusste, dass Menschen kommen würden, um diese Impulse zu empfangen. Zeit und Raum existieren auf diesen Ebenen nicht, denn das geöffnete Bewusstsein blickt frei durch alles hindurch. Wenn du möchtest, stimme dich auf diese Frequenzbänder ein und es wird vielleicht so sein, als schautest du direkt in sein liebevolles, weises Gesicht. Empfange die dort hinterlegten Lichtinformationen. Atme sie einfach ein und lasse ihre Schwingungen in deinen Zellen wirken. Kommuniziere mit Jeshua. Fühle dich frei, denn diese Informationen wurden für die Entfaltung der Liebe und Freiheit auf Erden hinterlegt. Erkennen der Selbstliebe. Als wir schließlich weiterzogen und das Land auch öfter verließen, brach ich den Kontakt zu meinen Schülerinnen und Schülern eine Zeit lang ab. Ich verspürte zunächst keinen weiteren Impuls mehr zu lehren. Jetzt ging es um unsere Familie und meinen weiteren Erwachensweg. In meinem Aufstiegsprozess verlor selbst meine ursprüngliche Lebensaufgabe an Bedeutung. Sie hatte ihren Zweck für mich bereits erfüllt. Meine ganze Ausrichtung galt jetzt nur noch der Rückverbindung mit meinem göttlichen Sein. Mein Wissen würde ich später an meine Kinder wie auch an einige Schüler meiner direkten Umgebung weitergeben. Die Frauen nahmen die Lehren tief in ihrem Herzen mit sich und trugen den Wert ihrer weiblichen Kraft durch die Zeiten hindurch, damit er nicht in Vergessenheit geraten würde. Sie eröffneten Wege der Heilung für eine göttlich inspirierte Zukunft. In einer Zeit, in der Frauen als geringwertig betrachtet wurden und diesen Glauben tief in sich verankert hatten, konnte mein geheiltes Herz ihnen den Weg in ein neues Bewusstsein zeigen. Sie nahmen tiefes Heilwissen mit sich und erschufen daraus neue Wege. Ich hatte stets mit großer Hingabe gewirkt und viel über Liebe und Heilung gelehrt. Immer mehr lehrte ich mich, einem Punkt, zu erkennen, dass ich mich dabei selbst oft außer Acht gelassen hatte. Die anderen waren mir stets wichtiger und dahinter konnte ich mich selbst kaum mehr wahrnehmen. Es war, als würde ich mich selbst ständig ein Stückchen verlassen, wenn ich mich zu sehr mit anderen Menschen beschäftigte. Traurigkeit stieg in mir auf. Ich erkannte immer mehr, wie wenig ich mir selbst doch anscheinend bedeutete. Doch war das die Wahrheit? Ich spürte nach. Ich lenkte mich einfach zu sehr von mir selbst ab. Immer wieder stellte ich mich zurück und dachte gar nicht mehr an meine Bedürfnisse. Mir schien es auch an nichts zu mangeln, denn eine Zeit lang nahm ich mich selbst kaum noch wahr. Jetzt wurde es mir bewusst wie noch nie. Ich wandte mich an und er blickte mich an. Es ist an der Zeit, es zu erkennen, mein Liebes. Auch könntest du die Schönheit deines Wesens nur so sehr erkennen und lieben, wie ich es vermag. Er lächelte liebevoll. Die Natur der Göttlichkeit ist reine Liebe. Sie ist aus reiner Liebe geboren und kann nicht anders, als vollkommene Liebe zu sein. Erkenne, dass auch du reine Liebe bist. Seine Worte berührten mich tief. Nach einer stillen Weile fuhr Jeshua fort. Als Menschen vermögen wir zu erleben, wie sich einzelne Aspekte der Liebe außerhalb der Vollkommenheit darstellen. Wir nehmen einzelne Facetten der Liebe aus der Vollkommenheit heraus und bringen sie mit in unsere Leben hinein, um sie zu erfahren. Wir können die Abwesenheit von Liebe erfahren und ihre Anwesenheit in den unterschiedlichsten Erscheinungsformen. In deinem Erwachen ist es so wichtig, dass du dieses erkennst. Die wahre Liebe, die du bist, klopft an deine Türe. Gewähre ihr Einlass, mein Liebes, und erkenne, dass du reine Liebe bist. Tränen stiegen mir in die Augen. In den Momenten, in denen er sprach, stieg tiefstes Mitgefühl in mir auf. Ich konnte mich in diesen Augenblicken in meiner wahren Natur der Liebe wahrnehmen. Seine Ausstrahlung nahm mich einfach mit hinein, denn er hatte diesen Zugang, diesen Zustand längst für sich verwirklicht. Doch ich konnte mir dieses tiefe Erkennen noch nicht aus eigener Kraft erhalten. Ging ich aus unserer Begegnung heraus, so zogen sich wieder feine Schleier der Trennung vor mein Gefühl der umfassenden Selbstliebe. Doch ich hatte sie erschaut. Ich hatte sie wahrgenommen. Wie wunderschön sie war. Welche Hochgefühle diese Einblicke erzeugten. Ich entschloss mich, mehr davon zu erfahren. Ich nahm die Erinnerung an dieses wundervolle Gefühl tief in meinem Herzen auf. Diese Entscheidung veränderte etwas. Sie war nun kein oberflächlicher Gedanke mehr, sondern das tiefe Gefühl eines Herzenswunsches. Ich spürte, wie sich durch diese Entscheidung eine neue Tür in mir öffnete. Sie würde mich in eine noch tiefere Erfahrung meiner Selbstliebe geleiten. Vielleicht kannst du das spüren, dass wirklich in jedem Satz, in jeder Zeile schwingt so viel Liebe und auch Erwachen mit in diesen beiden wundervollen Bänden. Ich möchte dich zum Abschluss dieser kleinen Lesung jetzt noch in eine der Heilmeditation mitnehmen, die hier integriert sind. Es sind mehrere in das Buch eingearbeitet. Es war der geistigen Welt sehr wichtig, dass man nach den Kapiteln durch diese Heilmeditation für sich selbst einfach noch mal tiefer hineinfühlen kann und die Energien und die Öffnungen, die beim Lesen geschehen können, einfach noch mal tiefer integrieren kann. Ja und wenn du magst, dann mach es dir jetzt ganz bequem im Sitzen oder im Liegen und dann kannst du deine Augen auch schließen. Lasse deine Aufmerksamkeit ganz nach innen sinken und tauche in deine innere Seelenlandschaft ein. Sie eröffnet sich vor dir als ein inneres Bild. Tauche ein und erschaffe dir dort einen Wohlfühlort für dich. Vielleicht bist du an einem Strand, auf einer Wiese oder an einem See. Lasse dich dort nieder und spüre die wundervolle Geborgenheit dort. Lasse alle äußeren Eindrücke los. Du bist ganz bei dir. Dein göttliches Selbst stellt sich nun wie ein Lichterengel vor dich und sendet dir seine Liebe. Atme mit jedem Atemzug die Liebe deiner Göttlichkeit von vorne durch dein Herzchakra ein. Fühle die wundervolle Schwingung sanfter Liebe und lasse sie durch deinen ganzen Körper fließen. Dein ganzes Sein, dein ganzer Körper ist von Liebe erfüllt. Jeshua hat auf seinem Lebensweg Lichtinformationen über Heilung, Herzensöffnung und den Aufstiegsprozess der Menschen in die Informationsebenen der Erde eingebettet. Du kannst sie dir wie leuchtende Frequenzbänder vorstellen, welche die irdische Realität durchfließen. Wenn du dich auf sie einstimmst, zu ihnen hinspürst, kannst du ihre Informationen empfangen. Gehe nun in deine innere Absicht mit diesen Lichtinformationen in Kontakt zu treten. Stelle dir vor, dass du innerlich durch das Gefüge der irdischen Realität einfach hindurchschaust und diese lichten Informationsbänder erblickst. Sie schwingen harmonisch und im Einklang mit der göttlichen Wirklichkeit. Dein Herzenswunsch verbindet dich mit ihnen. Wenn du sie von alleine nicht wahrnehmen kannst, dann stelle sie dir einfach als Lichtbänder vertikal im Raum vor. Vielleicht wie die Seiten einer Harfe, die lichtvoll leuchten. Sie können senkrecht und auch waagerecht verlaufen. Vertraue einfach allen inneren Bildern und Wahrnehmungen, die ganz von alleine zu dir fließen. Und wenn dort nichts ist, dann stelle sie dir bitte einfach vor. Berühre diese Lichtbänder nun mit deiner inneren Hand. Dies verstärkt den Kontakt. Spüre die Energie dieser lichten Ebene durch deine Berührung. Bitte darum, dass die für dich passenden Informationen aus diesen Lichtbändern nun zu dir fließen. Und empfange einen wohltuenden Strom aus Energie und Lichtinformationen aus diesen Bändern. Erlaube, dass dieser Strom in dich einfließt. Fühle, spüre und erlaube, dass er sich in deinem ganzen Körper verteilt. Das Licht und die Informationen finden ganz von alleine ihren richtigen Platz in dir. Empfange diesen Strom, solange er fließen möchte. Wenn es genug ist, wird der Fluss von selbst enden. Berühre diese Frequenzbänder im Raum und spüre, wie die Lichtinformationen als Strom in dich hineinfließen. Vertraue dabei allen inneren Bildern und Vorstellungen, die in dieser Verbindung in dir auftauchen. Vielleicht ist dieser Strom von Gefühlen von Liebe, Freude oder anderen verbunden. Du empfängst die Lichtinformationen und sie werden sich schrittweise in dir entfalten können. Sie fließen nicht unbedingt als direktes Wissen zu dir, das dir sofort bewusst wird, sondern es sind vielmehr göttlich inspirierte Impulse, die deinen Aufstiegsprozess, deine Bewusstseins- und Herzensöffnungen und deine Erkenntnisse unterstützen. Vielleicht werden dir Teile dieser Informationen direkt bewusst, vielleicht auch nicht, sondern erst später, aber dies spielt auch keine Rolle. Vielleicht bemerkst du einige Stunden, Tage oder Monate später Veränderungen. Vielleicht stärkt sich dein Selbstwert. Ein Heilprozess oder Erkenntnisse werden unterstützt. Es darf geschehen, was auf deinem Erwachensweg jetzt gerade richtig ist und dies kann sehr unterschiedlich sein. Spüre den Strom. Wenn du möchtest, berühre erneut ein solches Frequenzband im Raum. Du kannst auch deine tatsächliche Hand dazu im Raum bewegen. Es kann den Kontakt durchaus verstärken. Wenn du ein solches Frequenzband berührst, dann fließt seine Information und seine Energie zu dir. Und frage in diesen Strom jetzt einmal hinein, was er für dich enthält, was dort zu dir fließt. Und lass alle Antworten einfach sanft durch deine Gedanken fließen oder in dir aufsteigen. Und lass Dir também directions. Woine. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Du bist unendlich geliebt. Ja, wenn du magst, kannst du diese wunderschöne Meditation auch immer mal wieder wiederholen. für einen neuen Schritt, für etwas Neues, was du dort aus diesen Frequenzbändern für dich herunterladen kannst. Und deshalb lohnt es sich auf jeden Fall, das ab und an mal zu machen. Ja, und es sind wirklich ganz, ganz wundervolle Geschenke Jesuas. Ja, ich danke dir für dein Hiersein, für diese kleine Online-Lesung. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit diesen Büchern. Sie schieben den eigenen Bewusstseinsprozess, die Herzensöffnungen, auch das eigene Erwachen, Transformation, Veränderungen so wunderbar an und haben auch mich in meinem eigenen Entwicklungs- und vor allen Dingen auch Aufstiegsprozess erheblich weitergebracht. Auch diese Channelings haben mir wirklich wundervolle Quantensprünge zwischendurch auch ermöglicht. Und auch die Verbindung, die ich mit Maria Magdalena während dieser Durchgaben erfahren durfte, war einfach unglaublich stark und hat ganz, ganz viel in mir ausgelöst und auch verändert. Ja, ich wünsche dir von Herzen, dass du ebenso wundervolle Erfahrungen mit diesen Büchern machen kannst, mit all den Energien und Impulsen, die sie enthalten. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe und vielen Dank, dass du hier warst. Tschüss! Und da unser Kater Nil vorhin die Sitzung so wunderbar unterstützt und begleitet hat, möchte ich dir jetzt noch auf jeden Fall zum Abschluss zeigen, wo er nun eigentlich die ganze Zeit gelegen hat und vor allen Dingen wie. Ja, das ist richtig schön genossen, hat sich hier geräkelt im Seminarraum am Terrassenausgang. Und das ist wirklich etwas Schönes, was wir bei den Tieren lernen können. Einfach mal loslassen, entspannen, genießen und natürlich auch spielen. Und das ist wirklich etwas Schönes, was wir bei den Tieren lernen können.